Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Kooperationspartner, auch im Jahr 2021 war Corona das dominierende Thema und umso mehr freue ich mich, dass wir an der HTWG Konstanz dieses Wintersemester in überwiegender Präsenzlehre durchführen. Es ist wieder Leben auf dem Campus, wir forschen in unseren Projekten hier vor Ort und wir organisieren Veranstaltungen, Tagungen und Firmenmessen. Wir haben dieses Präsenzsemester trotz Corona möglich gemacht, weil wir alle an unser gemeinsames Ziel glauben, unseren Studierenden die bestmöglichen Kompetenzen zu vermitteln und mit unserer Forschung einen Beitrag zu leisten für die Regionen, national und international. Das, was wir im Jahr 2021 erreicht haben, war nur möglich, weil wir sorgsam miteinander umgehen und weil wir gemeinsam Lösungen gefunden haben, beispielsweise über Hygienekonzepte und über Impfaktionen. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen frohe, besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr.